in bachmut müsste doch die größten ansammlungen an russischen streitkräften zusammenlaufen wie werden aktuell die heimars eingesetzt müsste doch dort massiv niederregnen ich glaube ich habe bei bachmut sogar ich habe heute glaube ich ein video ich habe heute ein video gesehen von heimars die eine mit einer einzelnen rakete eine infanterie truppe vernichten wieder ein video was ich ihnen leider nicht zeigen kann wenn ich nicht will dass mich youtube dafür bestraft weil das vermutlich klar ist man kann sie klar laufen sehen und dann sieht man klar den einschlag und die riesige explosion da man sich denken kann was mit diesen personen passiert darf ich das wahrscheinlich hier nicht sein die werden also dafür auch eingesetzt merkt mehr kann ich dazu nicht sagen in welchem maße die um bachmut herum sind sie ja in reichweite der normalen artillerie das heißt heimars ist nach wie vor nur beschränkt verfügbar sie haben nach wie vor kaum zwei dutzend werfer die kann man deutlich sinnvoller einsetzen indem man ziele weit im hinterland angreift mit ihren mit der großen reichweite der raketen wenn die alternative um bachmut herum ist ja alles in normaler artilleriereichweite wenn wenn hier eine truppe wo sind wir hier wenn wir hier eine truppe aufstellen vom solidar in richtung blau datne zu zu anzugreifen dann sind muss die natürlich bekämpft werden aber die können und dem mörser der hier steht hinterm hügel steht bequem beschossen werden da setzt sich keine heimars dafür ein also ich sie ich habe heute erst einen einsatz von heimars gegen ihn für eine infanterie truppe gesehen zumindest war das in der beschreibung und die detonation schien erheblich größer zu sein als durch eine normale artillerie granate was ich visuell kenne das dürfte also gestimmt haben aber wie gesagt sie müssen es so sehen es wäre ein absolutes verschenken vom potenzial raketen mit 90 kilometer reichweite einzusetzen fünf bis zehn kilometer hinter der front oder an der front selbst deswegen wird der einsatz dort wahrscheinlich nicht im großen maße erfolgen ich hoffe das video war interessant für sie in diesem fall möchte ich sie herzlich dazu einladen nicht nur diesen kanal hier zu abonnieren sondern auch meine anderen präsenzen im besonderen natürlich den hauptkanal militär und geschichte mit horsten heinrich die links dazu finden sie in der beschreibung bis bald und auf wiedersehen